Hier hängen wir uns gerade raus, auch nicht. Wir haben jetzt auch eine Leckanlage. Da ist eine Batterie drin, ha? Ich sehe doch nichts, hat irgendjemand die Lampe dabei? Bist du so schwer oder fehlt auch meine Seite schlechter als deine? Ich bin so schwer. Ja und außerdem guckt hier die Schwinge durchs Bodenglech.